so hier hat sich echt einiges verändert ja aber die köpfe sind doch das ist gut die sind noch gleich hat sich in den einstellungen jetzt mittlerweile auch mal was geändert pause zwischen was pause zwischen musiktiteln lang grafik habe ich alles noch auf extrem und fantastisch maus empfindlichkeit ich hoffe das ist noch alles gleich geblieben komm mal mit nach oben zu der samenkiste willst du deine samen zeigen aber schau dir mal die texturen ab ja wenn ich reingucke ist ein päckchen drin ich kann nicht reingucken wenn du zugreifst jetzt sieht aber geil aus ja und mit dem neuen update sind ja auch apropos erdbeeren und dings wir müssen auf die insel vielleicht sind hier ein paar erdbeeren und banan ich glaube ich sehe links schon was oder sind das blumen links das sind alles blumen hier das rot auf dem boden anderen bananen wachsen wir an dem baum ja aber du darfst nicht vergessen hier dürfte gar nichts sein wir haben die insel schon geladen das ist ja eigentlich normalerweise pro update egal weil die insel war nicht geladen als du nicht gehostet hast die werden ja immer neu generiert ja wir gucken jetzt einfach mal kurz rum und erst durch den vogel töten den triffst du erstens eh nicht zweitens viel spaß ach hier ist die hier ist die höhle von der du gesprochen hat ist das letzte mal hier ist noch erde ich habe aber keine schaufel hing die jahren vorher schon von der decke runter keine ahnung ist das so lange her stimmt das stimmt allerdings ja gut ein grafikfehler da schwebt ein bäumchen in der luft aber hast du nicht gemeint es gibt viele neue items ja klavier radio die wasserpumpe die wasserrohrleitung gibt die gibt alles nicht immer im erforschungstisch und auch nicht in unserem normalen kopf ich habe mir das update jetzt auch nicht komplett durchgelesen aber sagen wir mal der bambus ist schon immer da wer weiß unter wasser hatten wir ja abgefahren da ist freund high aber schau mal rein ob das bei mir nur ein fehler ist bei ihm im inventar habe ich auch nichts neues was ist das stören stören lampe acht gelangt kann man oh warte ich muss kurz was trinken die ist nämlich nichts neues dazu gekommen ja ich guck gleich mal rein ich konnte jetzt noch nicht so wirklich weil ich hier süffeln muss noch nichts gelernt lederschuhe oder gibt es dazu extra rezept das kann natürlich auch sein oder kann man die gegenstellen vielleicht auch noch finden glaube ich nicht oder was scheiße wäre wir müssen das ding einmal abbauen und neu bauen damit sich das resettet so richtig abbauen ja einfach erstmal mittig und wieder neu setzen äh oh gott drehen so immer noch dasselbe ja ich glaube nicht dass man dann auch ein komplett neues bauen muss ja gut wo hätte man denn den tisch bestimmt hier unten wollen wir schauen mal weiter warte mal ganz kurz ähm bum 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 die hätten aber den köder ruhig mal ähm anders machen können freu dich doch erstmal über das was sie geändert haben jaa aber auch dieser neue schrank der ist ja nicht mit dabei der angezeigt wurde aber es ist interessant dass wenn man die kisten auf macht dass da jetzt items drin sind wenn ich im kisten auf na ihr wartet ich mach die hier mal aus guck mal rein ach so ja war das vorher nicht ne ähm ja wo war denn die nächste insel da war doch noch eine ja ich weiß einfach nur schon mal los ich hab schon eingeschlagen mit dem anker äh mit dem linkrad äh mit dem linkrad ähm ja das ist ich denke mal ein bisschen zu doll eingeschlagen wir drehen wir müssen ja da an der insel vorbei wir müssen ja da an der insel vorbei so da ist nix drinne ist da hinten was drinne fahren wir überhaupt äh ja aber sehr langsam so und da es jetzt anfängt zu regnen dürften die motoren eigentlich auch gar nicht heiß laufen ähm Kannst du mal anmachen? Ach toll, sind hier irgendwo Holz drin, ne? Ja, Holz, Kunststoff haben wir hier, Schrott und Bolzen. Das und das. Ähm, wo stellen wir das denn hin? Wir haben es, keine Ahnung, wie spät. Kannst du keine Uhr lesen? Ne, wir sind die Zeiger irgendwie so komisch. Fünf nach eins. So spät schon, wird mal Zeit fürs Bett. Ähm, das hole ich mir einfach mal, vielleicht gibt da was schon Nettes drin. Nö, nur der Standardkram. Aber durch das Wetter sehe ich einfach auch gar nichts. Was? Sag mal, das da war unsere Insel? Holy. Sind wir aber noch nicht weit gekommen. Nee. Ähm, ne, auch nur Standardzeug drin in dem Fass. Da fliegt ein Vogel. Das ist ne Möwe. Mein Standardfreund. Ein Kackvogel. Ein Kackvogel. Äh. Äh. Ne, aber auch nur Standardzeug drin. Wir haben hier oben insgesamt vier Fackeln. Hier unten haben wir zwei. Joa, reicht ja vollkommen aus. Puh. Okay, dazu brauchen wir das. Ähm, okay, das hab' ich noch. Ich baue jetzt nochmal so einen zweiten, kann ja nicht schaden. Kannst du bitte auch erläutern, was du baust? Äh, nochmal so ein Buch hier. Buch? Ne, nochmal so ein Tisch hier zum... Ich setz hier oben nochmal einen hin. Bei dir. Damit du halt, wenn du hier oben bist, nicht immer runterrennen musst. Und damit man hier auch nicht nur runterkommt. Reingucken. Ne, steht auch noch nichts Neues drin. Hm. Ich sag aber bloß, dass wir eine neue Welt starten müssen, damit das hier funktioniert. Boah, bitte nicht. Dann ist ja alles verloren gegangen, meine ganze Arbeit. Ja. Wäre ja kacke. Ich kann ja dann später nochmal reinlunzen. In den Update-Verlauf. Klasse dahin. Ich bin nächstes dahin. Ich bin nächstes dahin. Eine rohe Kartufel. Das wäre ja aber scheiße, wenn man eine neue Welt starten müsste. Ähm, rechts von uns. Was ist denn da? Insel. Rechts, rechts, rechts. Ähm. Zwei Inseln. Nein, ein, ach die Scheiße. Ach nö, ich sehe schon wieder mein Lieblingsfrogel, ey. Ähm, lenkst du ein? Wohin denn? Na, in die Bucht rein. Sicher, dass wir da wieder rauskommen? Natürlich, du hast doch vorhin eingeschlagen und das Boot hat sich auf der Stelle gedreht. Das sollte nicht das Problem sein. Ähm. 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 Ich mach die Motoren schon mal aus. Ähm. Dann werden wir weggeschwemmt. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ne, das reicht so. Die Motor sind eh heiß gelaufen. Die haben nie weitergearbeitet. Schon wieder eine Kartoffel im Gepäck. Okay. Na gut, dann. Ich warte nur auf meinen Freund, der mich gleich wieder anknabbert. Aha, geschafft. Du hast auch flossen. Echt? Okay. Ich hab keine. Ähm. Hier sind Ananas. Okay, ich muss nochmal... Ah, ich geh nochmal zurück. Ich hab nicht genügend Pfeile. Jupp. Okay. Ähm. Hier ist ein Ziegenbock oder sowas. Keine Ahnung. Sieht merkwürdig aus. Na, wie macht man das aber, wenn man wirklich jetzt eine neue Welt starten müsste? Keine Ahnung. Dann spielen wir einfach so weiter. Ja. Außerdem... Ne, die anderen Updates... Es hat ja... Das Update hat ja hier was dran geändert. Ja, stimmt. Die Grafiken, ne? Und sonst, ich beschäftige mich einfach... Ah! 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 Gott, hab ich mich erschrocken! Über den Vogel? Ne. Über die Wildsau. Die stand auf jeden Fall vor mir. Um Gottes Willen! Ey! Das Viech noch! Ne! Ich weiß schon warum ich diese... Halt deinen Maul, du Kackvogel! Ich weiß schon warum ich diese Witze auch nicht mag. Oh! Scheiß Hai! Scheiß Hai! Er hat mich nicht getroffen, also. So ein Mist! Ich hab dir einfach gewünscht, dass ich getressen werde. Ja, nur ein bisschen anknabbern! Man kann auch mit einem Bein leben! Von den, With wem? Oh ne, der ist auf mich fixiert. Ich habdulvante, der Vogel! Der Vogel? Ja. N trillion… Ich hab'n zu dir geschickt. Ich hab'n hier alles, die Scheiß Wildsau, den beschissene Vogel. Ja, siehste? Ich habs' alles zu dir geschickt! pack'n zu dir! umfümmeln ach du jagst den vogel der ist jetzt auf mich fixiert der wichser mitten beim holz fällen baum fällen erstmal stein auf den kopf und wo ist die wälder irgendwo unten okay da brauche ich einen besseren spot ich habe auf jeden fall zweimal rote bären wieder im gepäck aber sowas wie bananen berdbeeren hast du noch nicht ne tatsächlich noch nicht nicht mal in den zwiggisten die es hier gab lass mich in ruhe du kack vogel aber zum beispiel unser update mit dem kugelfisch hat er ja auch angenommen ja da müssen wir halt gucken rumgucken abwarten vielleicht gibt es das ja auch auf bestimmten inseln aber wieso haben wir dann die neuen rezepte nicht im buch das ist halt auch merkwürdig jetzt hältst du mal den baum so kokos muss ja kommt man noch safe irgendwie hoch oh nein ich hab ihn boah scheißviech was denn vogel nein das ist schwein da muss man wieder neue vögel töten dass du dir welche herstellen kannst holz ist das problem holz habe ich gerade aktuell 37 im gepäck weil ich hier bäume gefällt habe ich will jetzt irgendwie da hoch kommen aber anscheinend kommt man da nicht mehr hoch ok das ging doch vorher wir hatten ja so eine insel schon mal da konnte man doch auch da hoch gehen hoch hoch wie gesagt ganz hoch also wo bist du denn grad das geht halt nicht bei jeder insel vielleicht ich bin rechts von dir also jetzt guck guck mal nach oben ich habe hier gerade ein vogel problem ich sehe den unter mir das habe ich voll gesehen irgendwie konnte das geht aber wohl anscheinend nicht mehr was wichtig ist dort oben sowieso nicht drauf und meine axt ist kaputt ich bringe erstmal alles was ich habe jetzt nach hause das ist ja unser zuhause und werden wir mal schnell eine neue axt craft ich habe mir das update hat nicht genutzt hier sind zwei scharniere ein eisenbahn ein glas zwei metallschrott hier das da rein das da rein also holz haben wir doch erstmal genug so die samen kommen da hoch so die samen kommen da hoch melone ananas macht ananas und beeren da rein hier kommen auch wieder haufen zeug und auch was er looten wenn der scheiß heimlich wäre so so Untertitelung des ZDF, 2020